2. Drittelpause im Spiel der Krefeld-Pinguine gegen die Düsseldorfer EG. 4 zu 1 steht es aktuell. Daniel Pieter hat es gerade schon angesprochen. Es war so ein bisschen der Schlendrian drin zu Beginn des zweiten Drittels. Und dann hat Daniel Pieter das 4 zu 1 gemacht und sagte, so konzentriert müssen wir weiterspielen. Genau wie in den ersten 15 Minuten des ersten Drittels. Wir werden es erleben gleich. Drittel Nummer 3 nach dieser Drittelpause. Bei mir steht Norbert Steutner vom Autohaus VW Borgmann. Seit vielen, vielen Jahren einer der Hauptsponsoren der Krefeld-Pinguine. Die Pinguine fahren in den Autos von VW Borgmann, fahren auch viel Werbung für die aktuell beginnende Saison in der deutschen Eishockey-Liga. Herr Steutner, als Sponsor und als Fan kann man aktuell eigentlich nur zufrieden sein mit diesem Saisonauftakt, oder? Ja, ich finde es ist ein toller Saisonauftakt. Macht auch hier viel Spaß den Zuschauern. Und wir kennen ja viele Spieler aus dem Team und wir wissen, was sie leisten können. Und insofern sind wir hoch zufrieden, glaube ich, bis jetzt. Denke ich auch. Also vor allen Dingen, ohne den altgedienten Spielern zu nahe treten zu wollen, wie du, Jamilo, wie Richard Pawlikowski. Aber da ist in der Verteidigung natürlich jetzt auch nochmal eine ganz andere Geschwindigkeit unterwegs, was die Leistung im Vorfeld auf keinen Fall schmälern soll. Aber ich glaube, da sind wir auch im Moment ganz, ganz gut aufgestellt. Wir sprechen über Sie als Sponsor. Das Auto aus VW Borgmann hat einen großen Gebrauchtwagentag. Und zwar am 21. September. Erzählen Sie uns kurz, was da los sein wird. Ja, am 21. September. Wir machen ja schon seit Wochen Werbung. Darauf werden Sie fliegen am 21. September. Werden Sie bei ständig fallenden Preisen erleben, dass Sie hochklassige Gebrauchtfahrzeuge und attraktive Gebrauchtwagen zu immer günstigeren Konditionen erstehen können. Ist so eine kleine Sache, so eine kleine Show-Sache auch. Die muss man mal selber auch kennenlernen hier als Kunde. Das eine oder andere Schnäppchen ist wirklich drin. Und die Pinguine fahren ja auch VW und ich glaube, das ist seit Jahren schon erfolgreich, ne? Unbedingt. Wir haben uns ja auch sehr gefreut. Die waren ja auch bei der Golf-Variant-Präsentation vor 14 Tagen. War ja auch eine tolle Sache. Also ich glaube, Borgmann und Pinguine, das ist ja schon wirklich ein freundschaftliches Verhältnis. Es passt auf jeden Fall. Norbert Steutner, ganz herzlichen Dank. Also großer Gebrauchtwagentag beim VW-Autohaus Borgmann am 21. September. Auf jeden Fall mal vorbeischauen und eventuell das eine oder andere Schnäppchen direkt vom Hof mit nach Hause in die heimische Garage fahren. Drei Punkte wollen wir heute auch einfahren. Ob es klappt, sehen wir gleich in Drittel Nummer drei. Krefeld-Pinguine gegen die Düsseldorfer EG. Aktueller Spielstand 4 zu 1 für den KIV.